Hi, ich bin jetzt unterwegs, jetzt zu einer der geilsten Sachen, die man im Sommer machen kann. Die kosten keinen Pfennig. Lasst euch überraschen. Ein höchstes Vergnügen ist das, sage ich euch. Also, bis gleich. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, um was es geht. Ganz einfach, Regenschwimmen. Dann schwimmen gehen, wenn die anderen zu Hause sind. Der ganze See ist jetzt leer. Gerade hat es eine kleine Regenpause. Wie ich losgefahren bin, hat es noch geschüttet. Jetzt stürze ich mich in die Fluten, wasche mich ab nach der Garage, bin ein bisschen eingestaubt und das ist das höchste Vergnügen, glaubt mir das. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mal in einem Regentag zum Baden zu gehen, viel besser, als wenn die Sonne scheint. Oh, nein. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 22 Grad. Boah, da hinten steht schon wieder üble Wand. Ich seh das. Wird nicht lang dauern, dann wird es wieder losgehen. Ich habe jetzt meine paar Bahnen geschwommen. Jetzt werden wir mal wieder anziehen. Ich sitze jetzt gerade hier ein bisschen beim Chillen. Jetzt fängt es wieder zum Regen an. Siehst du das? Jetzt gibt es eine Prise Schnupftabak. Johnny aus Österreich. Wieder ein Sommertag, der nicht verschwendet war. Auch wenn es regnet. Müsst ihr unbedingt mal machen. Jetzt geht es dann wieder heim. Tasse Kaffee trinken. Tasse Kaffee trinken. Tasse Kaffee trinken. Tasse Kaffee trinken.